. Irgendwie haben wir ihn gerade... Ja, wir hatten ihn gerade ganz gut eigentlich eingefärscht, ja. Und dann irgendwie doch nicht mehr. Man sieht halt auch irgendwie vor lauter weißen Bärchen, Viechern nicht, welche der jetzt ist, gescheit. Also auch wenn er da seinen scheiß Ding hat. Neue Kombo, XY. Ah, weiter geht hoch. Ah ne, nachher, guck mal. Ah, er ist schon unter der Hilfe, oder? Mach, läuft's. GZ? Ja, ich hab ja gesagt, nur noch umgeklatscht hier. Ich nutze gerade meine Kombo, weil da schmeiß ich ihn nicht mehr in die Luft, das ist anders gut. Dann kann er nicht gleich wieder losen. Ich kann er nicht. Ah, du lebst noch, ist doch gut. Alles gut. Richtig, wir down. Komm jetzt her, du Füßnilke, alter. Mit der Scheiße, ne. Ist er tot. Ah, irgendwie hat das Viech, ja. Hinderkau ich. Ja. Sauber. Sehr schön. Jetzt bin ich tot. Hat man gar nicht gemerkt. Ich, ich bin auch tot. Ähm. 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 Hä, wieso kann ich denn nicht? Wieso geht das nicht? Wieso geht das bei dir nicht? Oh. Kannst du vergessen, wenn du angegriffen wirst? Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Ne, klatschen einen ja auch immer. Ich wollte doch gar nicht. Gleich um. Ja, ich bin tot. Ähm. So, schön. Ich hab nochmal hier. Schön. Äh. Nein. Ich hab's bis heute nicht. Mach ich denn, oder? Äh. Brauchen Stärke. Nochmal. Müssen wir ja, oder? Ja. Oh nein. Ich weiß nur nicht, was dein Tierchen macht. Muss ich auch nicht. Die Viecher da töten. Wenn nicht, dann ist es unnützbar. Meins hilft mir im Wasser. Wow. Sehr hilfreich hier. Ja, so extrem hier werden die nicht sein. Na doch. Später glaube ich schon. Gegen diese Mückenviecher gibt's glaube ich dann auch. Was. Die haben das Leben auszuhugen und so. Äh. Äh. Das hilft auch gegen Mücken. Ja, das stimmt. Das hilft auch gegen Mücken. Ja, das stimmt. Das hilft auch gegen Mücken. Nein. Nein. Bäm. 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 Meine Fresse Kilo-Böne Was ist der? Oh Mann Nochmal Das ist doch nicht wahr Danke Nervige da drin ist halt auch, dass die normalen Gegner immer wieder kommen Wie kannst du denn gar nicht richtig trocken? Ich habe ihn eingefroren Die sehen alle so verflucht gleich aus Hinten im Eingriff Zumindest versuche ich das Mal easy da her Ich möchte mal Lebenszeug, ey Ich werde mal so gepflegt tot Fuck you Kann man hin? Tausch mal mit meinem Vieh, weil das bringt eh nichts Kann man zweimal diesen Schafbock oder was das ist Hinten im Eingriff Soll ich einfach weiter lobbyen? Hier mit Sicherheit Oh Mann Jetzt Wir sind gleichzeitig umgefallen vom selben Schlag her Hinten im Eingriff Den ergreißt das jetzt Irgendwie nicht Hinten im Eingriff Remy rennt Feinde um Ah Ja das habe ich schon gesehen, stimmt Der schmeißt die um Aber auch ist ziemlich selben Ich will irgendeine andere Waffe als meinen komischen Stick, ey das ist total unsinnig Plus Null, wow Warum machen die alle weniger Schaden als mein komischer Stab? Voll schwachsinnig Dorian? Was? Du musst schon mitkommen Achso Kommen wir nicht weiter Ich bin eingeschlafen Du hast es nicht gemerkt Äh der ist schon mal plus zwei Den kann ich halt nicht benutzen Ne ist halt so Achso weil du den schon einer hat wahrscheinlich Kannst immer nur ein Ding einzeln benutzen Naja super Ich habe halt die geile Waffe Siehst mir ein bisschen besser aus Naja Merkt das schon Hier war glaube ich jetzt nichts mehr Ne Ja da kommen wir gehen mal zur Karte Ja wollen wir Ich habe die Frage Ob wir es jetzt nochmal probieren Oder einfach mal erstmal hier weitergehen Ein bisschen aufleveln Gehen wir da einmal lang Kackt das Kief wieder Die Möbel Ich brauche direkt Legchen bevor wir Segel setzen können Ach hier kommen wir gar nicht weiter Toll Ach also müssen wir doch Müssen wir da oben rum Wir können ja mal Im Diebesladen gucken was es da gibt Hier kannst du nämlich Health Potions kaufen Und äh Kaufe mir mal welche Bomben Hier kannst du auch den Stab kaufen Den ich habe Super Wie switcht man eigentlich dann Auf den Heiltrank Das frage ich mich Wie sehen wir das Bis zum nächsten Mal